aber lass mich erst mal da weg bitte bevor ihr jetzt hier im Moment einer fehlt noch und die ich bin weg und auch weg 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 ja irgendwo muss ich noch öffnen das ist ein solches Pferd ich werde ich vor TÜVOR ist er hat gesagt ich bin fertig er hat ein Kürzer Euro ja voll in die Fresse da loslauft achte da ist Mutterspinne Mutterspinne und Vater da ist ein großes Headpie, da oben ist ein Headpie die da kommt ein Headpie, NEIN, NEIN ich hab keine Munition mehr, geil scheiße scheiße geile Sache ach, leck mich mal, ich hab keinen Bock mehr so ey, warte mal leck, leck warte mal, ich leck grad total, Moment, warte mal oh, übertreib mal, fuck, Alter so ein dreckiger Scheiß ist die letzte Kackmission ey, das Ding war voll stark, das hatte ich mit One-Hit gelegt du hast die Einstellung immer ändern auf einfach ja, ne willst du jetzt erst noch das sind ja nur die Headpiecher weil ihr die immer auf den Kopf bekommt du auch ja, ne, bin ich jetzt gestorben ne ah, ey, ja, ich hab gelegt so, das ist keine Waffen ändern, einfach auf okay und fertig ja, komm, diesmal schaff mal ey, hallo das ist die letzte bekackte Mission und wird auch hiervon das schaffen wir doch nicht danach kommen wir doch noch bösere ja, wissen wir nicht vor allem, da machen wir eventuell ne Pause weil ich hab nicht so viel Speicherplatz auf meinem PC Kannst du wane zauern? los, bereit, bereit ja, ich bin doch gar nicht drin so, ready got it ja, jetzt musst du nur starten so meine Güte, diesmal müssen wir doch schaffen hier also, jetzt baller doch nicht direkt hier rum ey, das ist echt krass ich war daran gewöhnt zu reden im TeamSpeak ich glaub der IQ liegt unter zwei ohne Scheiß warum komm, lauf mal vor, lauf mal vor alle drei alle drei lauft einfach lauft, lauft, lauft Leute, wir haben das Level geschafft na, das Level haben wir noch nicht ganz geschafft ne ja, nicht raus ja, nicht raus was er die Stelle meine Güte verdammte ist doch nicht ernst oh, aufpassen, hätte ich ja kommen ne, hätte ich ja, sind nicht rausgekommen alles in Ordnung Mann Alter, was war das so, warte mal, hier hier, hier, Medikin liegen bitte oh, scheiße, der eine muss weg so, wir werden von Spuckern beschossen ja, haben gequält habe ich gebrochen ja, egal, kommt, reicht, erst mal, reicht, erst mal oder, äh, weiter, du siehst, dass ich das Ding trottet und bei lassen, den Rücken her so, aufpassen da haben wir nur reflektoren, das geht auch richtig witzig nicht so, so aus wie geht, nein, das war auch das du ja nichts abkommst ja, ihr seid so geil oh, Entschuldigung so, also Alter John, jetzt mach nochmal, halt, bevor du das aufmachst, mach nochmal ein Kit mach nochmal ein Kit mach nochmal ein Kit alle rein, alle rein, weil wir sind alle ein bisschen angeschüttet hier ok, alles klar, ganz ruhig ganz ruhig so, jetzt wartet, wartet, ich, ich mach jetzt hier die Dinger von Weitem kaputt da kommt ja, da kommen, sind auch ein paar freilaufend, also ein bisschen aufpassen lass mich am besten komplett vorlaufen achdo na oben, 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 oben das ist noch ein Uauh., war so zurück Korrektur und dann sprungen die Errichtung der Verhältnisse die Frau auch richtig mit der Waffe brauche ich das dort nicht weg wird auch von ihnen wo ich so gut wir können vor Ort dem einen Nein, ein. 2. Nein, ein. So. Ich hacke mal wieder, ne? Ich hacke mal wieder, ne? Ich hacke mal wieder, ne? Ja, weiß ich. Wissen wir schon. So. Diesmal bitte aufpassen. Jordan! Alter, ist der schon wieder aus T.S. raus? Nö. Hätte mal gehört. Er sagt doch gar nichts. Wohin auf die Anzug keulen! Okay. So. Wo seid ihr eigentlich? Dann nimm dir, Jordan. Mach voll. Hallo? Ist der schon wieder mit dem Zeug hineingepennt? Ach, geht doch. So. Aufpassen. Ich brauche nur noch eine einzige Taste drücken, dann ist es fertig. Also, ballert einer drauf. Da sind wieder welche hinter. Jordan, geht weiter zurück. Jordan, geht zurück. Jordan, geht zurück. Nicht so nah rangehen. Also, es geht los. Aua. Hinter uns. Los, lauf rein. Aber belast euch nicht wieder von Headbanger killen. Rechts vor uns ein Headbanger. Aufpassen. Leute, Leute. Schnell drauf. Wohli weg. Wohli weg. Wohli weg. Wohli weg. Wohli weg. So, aufpassen. Wohli weg. Warte, ich geh mal kurz hoch. Weil hier oben war doch mal, oder? Ne, oben war nichts. So, ich hab das. So, ich hab das. Doch, deswegen müssen wir aktivieren. Ich hab's aktiviert. Gut gemacht. So. Prozent schön gemacht ein kleiner Yeti Oh John John ist noch nicht tot wir sollten jetzt wieder medik... Achtung Achtung Oh aufhau... Jordan, weg da, weg da! Leck! Okay Leute, los! Wartet mal eben, wartet mal eben Tu was auf, hier kommen Headbanks Kacke! Ja, wir haben gerade erst mal ein anderes Problem, wartet mal... Leute! So, ich hoffe ich kann wieder aufnehmen hier... Scheißen Dreck So, lauf, lauf einfach durch Wow! Ich habe alle Headbanks weggebombt Ja, ist auch gut so Und da ist der nächste Tor Oh, toll! Du mit deinem Headbanks weggebombt Ja, was kann ich da für... Jetzt habe ich ein Problem Ich komme in keine Richtung Weil ich zerhäten, explodierend Bomben Ja! Wollte mich eigentlich packen? Okay, los, 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 warte Ich muss mal eben überlegen, welche Waffe ich jetzt nicht... Ach, egal Ey, warte, soll ich von zum Muni legen? Ja, ich brauche einen... Ja, okay, ist in Ordnung Baust du noch mehr? Ja, theoretisch Habt ihr noch den Laser? Nö, Laser haben wir nicht Okay Dann weiter Okay Okay, okay, okay Aufpassen Ich gucke hier Hier ist nichts Oh, Achtung, Mama Spinne Oh, Mama Spinne Warum das denn? Ich mag Mama Spinne nicht Weil die unglaublich... Ja, die machen einen kleinen Hit halt Oh, fuck der Hell Explodieren dabei So Naja, ist egal, einmal kann ich mich heilen Aufpassen Ich hab die Salfie Ah Entschuldigung War gerade in der Schussbahn Wow Oh, pf Kick ist einfach Alter, wie fetter das Ding ist, ey Boah, scheiße Ich glaub, sie war seit Jahren nicht beim Zahnarzt So, pass auf Pass auf, da ist wieder so ein Vieh Aufpassen Okay Okay, alles klar Ey, die Ammo, brauchst du Ammo? Ja, Moment, erstmal die Viecher zerstören Damit ein Ziel-Hetbanger sich nicht auf die Quere kommt Da ist ein Laser, da ist ein Bingo, warte, das brauch ich Das Heal-Kit brauch ich So, und Ich hab auch eins So, äh, hast du, äh, brauchst du Ammo? Nimm nochmal Nein, brauch ich nicht Okay Ja, jetzt kannst du nochmal nehmen Ja Was machst du da? Auf eh Ach Wieso drückt ich jetzt das? So, dann nimm ich kurz den Laser Boah, ich hab hier Aufpassen Scheiße, leck, leck, scheiße So, sorry, Leute Ich musste grad ein bisschen wegspulen Denn, äh, es hat grad übelst geleckt Egal, komm Oh, jetzt leckt das schon wieder Sorry, Leute Ich muss mal eben ohne Okay, Leute, ich bin grad gestorben Oh, Leute, es hängt alles an mir Es ist gerade Ja Ich bin am Nachlassen Geht nicht Kein Techniker Oh, mein Gott Oh, mein Gott Oh, mein Gott Wollen wir das auf ein späteres mal verschieben oder so? Weil, irgendwie leckt mein PC grad so derbst Kannst du voll knicken Na, lass Keine Ahnung Ist mir egal Sind überhaupt noch alle da? Ja 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 Malo? Stryker? Ja, hab ich mir gedacht Ist schon nämlich nicht mehr da Ja, dann machen wir das einfach ein anderes Mal weiter, okay? Ja, machen wir Alles klar Dann sag ich, bis zum nächsten Mal Viel Spaß mit den Videos und, ja Achso Ciao, ciao Ich dachte, du redest mit uns Ja, nee, erstmal mit den Leuten hier, also Bis dann Ciao